Bitte jetzt nochmal, wo sie vorne ist, ein Applaus, Uschi Glas, extra während der Dreharbeiten. Ja, willkommen, nehmen Sie gerne Platz bei uns. Tatsächlich, dass Sie hier sind, ist gar nicht so selbstverständlich, weil Sie sind ganz kurz vor Dreharbeiten, aber zum Glück hier in der Nähe. Ja, das hat sich so ergeben. Also das Datum habe ich früher zugesagt und wusste gar nicht, wo ich den Film drehe und wann. Und da war vorgestern Drehbeginn und ich habe gesagt, am 17. kann ich nicht drehen, weil da bin ich in Frankfurt. Haben Sie schon ein bisschen, schon die Schwierigkeiten kommen bei Frau Glas. Und dann hat sich herausgestellt, dass wir ganz nah drehen. Wir drehen im Schloss Büdingen und praktisch um die Ecke, wenn man so will. Und da fahre ich heute Abend auch wieder hin und habe morgen meinen ersten Drehtag. Also wir sind sehr, sehr glücklich, dass Sie hier sind. Man merkt natürlich auch, das war Ihnen wichtig, heute zu kommen, weil es ist ja eigentlich ein trauriger Anlass, auch wenn Hannelore es natürlich gerne gefeiert hätte, einen solchen Anlass. Ja, aber ich wollte das eigentlich, als Sie angefragt haben, habe ich gedacht, das bin ich eigentlich der Hannelore schuldig, weil sie ja hier in Frankfurt sehr lange Zeit gewohnt hat und hier auch sehr gelebt hat und auch hier dem Filmmuseum sehr verbunden war immer. Und dann dachte ich, ach komm, das mache ich. Einfach, um ein kleines Dankeschön zu sagen. Eine tolle Geste, Sie würde sich freuen. Und genau, wir wollen jetzt so ein bisschen sowohl über Hannelore reden, als auch über den Film, den wir gleich sehen werden. Denn entgegen des Programmhefts, der Ankündigung ist es so, Sie müssen morgen um 5 Uhr früh tatsächlich schon am Set sein. Deswegen reden wir jetzt nur vor dem Film. Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür. Wir sind überglücklich, dass es trotzdem klappt. Und ja, Club der einsamen Herzen ist der Film, den wir heute sehen. Und das ist ja eine der letzten Arbeiten von Hannelore. Und Sie haben beide die Hauptrolle gespielt, zusammen mit Jutta Speidel. Richtig. Wie war das? Ja, wir haben die Regisseurin und Drehbuchautorin, Christine Hartmann, hat also irgendwann mich angerufen und sagt, Mensch, das Kind, ich hätte einen tollen Film vor, möchten Sie mal mit mir reden? Na ja, klar. Wer soll denn da mitspielen? Ja, ich denke an die Hannelore Elstern. Da denke ich mir, boah, das finde ich eine große Klasse, weil die Hannelore und ich, wir waren sehr eng befreundet. Und also waren nicht, waren eigentlich befreundet, aber sie ist eben dann nach Frankfurt gegangen, von München weggezogen. Und dann haben wir uns natürlich ein bisschen aus den Augen verloren. Logisch, jeder hat auch dann plötzlich ein anderes Leben. Immerhin ist unser letzter Film, den wir miteinander gemacht haben, ein bisschen über 50 Jahre her. Also können Sie sich ungefähr vorstellen, was da dazwischen abgelaufen ist. Und nein, wir haben uns beide riesig gefreut, wieder miteinander arbeiten zu dürfen. Und hatten eigentlich auch Pläne, dass wir das jetzt ein bisschen intensiver betreiben demnächst. Und das Schicksal oder der liebe Gott oder wer immer, hat ja gesagt, nee, geht nicht. Sie haben es gerade schon angedeutet, da sind einige Parallelen auch, wenn man sich so die Karrieren und die Werdegänge anschaut. Alleine beide in relativ zeitlicher Nähe geboren in der bayerischen Provinz, sage ich jetzt mal so salopp. Und dann auch aus, sagen wir mal, nicht so reichen Elternhäusern mit ein bisschen Durchkämpfen. Hannelore ist der Vater früh gestorben und der Bruder auch noch und dann musste sie aufs Internat. Und dann kommt irgendwann der Schritt nach München. Das war sicherlich, sowohl für Sie als auch für Hannelore, die neue große Welt. Ja, natürlich. Darüber haben wir natürlich auch oft gesprochen. Hannelore wurde in Burghausen groß. Das ist ein wunderschöner Ort mit dieser größten Burg Europas oder längste Burg Mauer Europas. Sehr schön gelegen, ganz toll, aber eben in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen, wie ich auch. Und ihre Mutter hat also den Bernd, den jüngeren Bruder und die Hannelore allein auch großgezogen. Und Hannelore hatte immer auch Visionen sozusagen aus diesem vorgegebenen Leben. Ich bin in einer kleinen Stadt aufgewachsen, Land an der Isar. Da wurdest du praktisch, das war einfach vorgegeben. Du brauchst auch gar kein Abitur machen, du brauchst auch nicht studieren, weil du schaust ja ganz gut aus. Da kommt einer daher, heiratet dich, kriegst zwei Kinder, das ist erledigt. Und heute wurde ich gefragt, was ich von Freiheit halte und ich hielt damals schon sehr viel von Freiheit und habe mir gedacht, ich mache es aber ganz anders. Und so hatte die Hannelore auch gedacht, sie macht es auch anders. Sie geht nach München und versucht einfach die Träume, die man hat, die Wünsche, die man hat, die Visionen, die man hat, einfach umzusetzen und zu sagen, ich probiere das einfach. Bevor ich es nicht probiert habe, kann ich auch nicht sagen, ich schaffe es gar nicht, sondern die Neugierde zu haben, einfach auszuprobieren, auch die Gefahr zu scheitern, einfach in Kauf zu nehmen und zu sagen, ich bin fleißig, ich lerne, ich mache, ich tue, aber ich möchte gern meinen eigenen Weg gehen. Und der eigene Weg, der führte zum Film bei Hannelore mit dem ersten Film mit Freddy Quinn, Freddy unter fremden Sternen, 1959. Und bei Ihnen klingt der Titel nicht unwesentlich schlechter, Edgar Wallace, der unheimliche Mönch, 1965. Die Familien haben das, glaube ich, nicht erwartet, weder bei Hannelore noch bei Ihnen, oder? Erwartet, nein, ich weiß nicht, was die Mama von der Hannelore gesagt hat, ich glaube, die war ziemlich gutmütig. Mein Vater, meine Mutter war auch gutmütig, mein Vater fand, das ist überhaupt kein Beruf. Das ist ja Wahnsinn, da kannst du gleich sonst wo hingehen. Und ja, deswegen war da überhaupt kein Verständnis und natürlich auch keine Unterstützung. Das heißt, wie die Hannelore auch, so musste ich auch einfach selber kämpfen und einfach versuchen. Ich habe als Sekretärin dann in München gearbeitet, um einfach die ersten Schauspielstunden mir auch zu finanzieren. Außerdem, meine Miete musste ich auch selber zahlen. Ich habe also nicht von irgendjemandem, von meinen Eltern, ach ja, Uschi, gehst du ein bisschen nach München, zahlen wir dir die Miete. Nein, komm nach Hause, da hast du ein Zimmer und so hat sich die Geschichte, ja. Und in die Phase kamen dann auch gleich die ersten ganz großen Kultfilme. An allererster Stelle natürlich 1966 bei Ihnen Winnetou und das Halbblut Apanachi. Jawohl. Das ist ein Jahr nach dem ersten Film. Wie kamen Sie denn dazu, gleich bei Winnetou mitmachen zu dürfen? Ja, ich habe damals diesen ersten Edgar Wolle, Schwarz-Weiß-Film gedreht, der wurde übrigens in Hameln gedreht. Ich dachte, die Filme wären in Hollywood gedreht oder wenigstens, was weiß ich. Und da musste ich mit dem Zug nach Hameln fahren, dachte ich, was ist denn jetzt das, was ist denn das für ein Film? Und da waren auch ziemlich so einfach routinierte Leute, der Herr Kerz war der Aufnahmeleiter, ja, kommen Sie mal her, da setzt sich immer hin und machen den, ja. Und dann habe ich in Berlin gedreht und da bin ich damals dem Horst Wendland, dem Produzenten von der Halbblut Film aufgefallen und der hat dann zu mir eben auch gesagt, ob ich das, also ob ich denn mehr, ob ich denn mehr will oder ob das jetzt so ein Ausflug war, mal ins Filmgeschäft. Und dann habe ich gesagt, nee, ich würde schon ganz gern mehr machen. Und dann wurde ich ihm auch eingeladen, übrigens sind die Filme aufgetaucht, zu Probeaufnahmen. Und die hat damals noch Paul May gemacht und seine Frau auch. Und ja, und da waren natürlich x, früher hat man gesagt Probeaufnahmen, heute sagst du Casting. Und da waren also x Bewerber da, also das war nicht so klar, ja, ja, kriegst du die Rolle? Und ich habe sie halt dann gekriegt, Gott sei Dank, musste ich einen Vorhang anbeten und sagen, ach, das ist eine Goldmine, werde ich nie vergessen. Und dann hat meine Schauspiellehrerin, die Frau Hanschke, hat gesagt, wenn du dir den hässlichsten Menschen vorstellst, den musst du sagen können, ich liebe dich. Und wenn du gegen eine Wand spielen musst, musst du auch dir vorstellen, und dann habe ich bei den Probeaufnahmen, hatte ich einen Regieassistenten, der hat dann gesagt, ich finde dich ganz wunderschön, sagt er, da, 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 und hat mich nicht angeschaut. Und ich habe mir gedacht, dann schaue ich halt auf seinen Kopf und bilde mir ein, dass da oben zwei Augen sind und spiele mit ihm und sage, ich liebe dich von ganzem Herzen, ja. Und das war meine Frau Anneliese Hanschke, das war auch eine sehr robuste Frau, eine sehr robuste Frau, die hat zum Beispiel einmal mit mir gemacht eine Sequenz in Romeo und Julia. Ich bin bei ihr, kommt der Postpote rein, es hat geregnet draußen, der kam rein mit so einer Gummijacke da und sein Päckchen, was er mitgebracht hat für die Frau Hanschke. Und dann sagt sie, kommen Sie mal her, setzen Sie sich mal hin und her. Sie sind jetzt Romeo. Der Mann, total, die Federn, alles klitschnass, der Anzug war nass, die Jacken waren nass, ja. Und dann musste ich das, ich bringe sie um. Da habe ich gedacht, so, jetzt ist gut, jetzt mag ich nicht mehr. Ist mir ganz egal, ich spiele das zwar jetzt, aber ich hasse sie, ja. Und wie der Postpote gegangen ist, habe ich gesagt, Frau Hanschke, ich rede mit Ihnen kein Wort mehr. Ich war wirklich in den Tränen nahe, weil der Mann hat sich ins Boden geschämt, der hat gar nicht gewusst, wo er hinschauen soll. Und ich darf Knien da unten vor dem Romeo geben, also furchtbar. Na gut, und dann hat sie mich beruhigt und ich war wirklich sauer. Ich war richtig sauer. Und dann habe ich schon am nächsten Tag gedacht, ich gehe nicht mehr zu der. Dann habe ich mir gedacht, nein, jetzt gehe ich da hin. Und dann habe ich damals schon sehr gerne Linsen gegessen und die hat Linsen mit Pflaumenmus gemacht. Und dann kam ich rein zu ihr und habe immer so gebockt. Und man dachte, ich rede heute mit dir, ich schaue dich auch nicht an, es ist mir ganz scheißegal, was du sagst. Und dann hat er gesagt, Uschi, ich habe dir heute Linsen gekocht. Na gut, dann bin ich doch bei ihr geblieben. Und es führte tatsächlich dann ans Set nach Jugoslawien in die Karpaten. Und da waren sie, Apanace, tatsächlich titelgebend. Und das war eine besondere Geschichte, Sie haben Paul May erwähnt. Da wird nach einer Woche der Regisseur entlassen und durch einen neuen ersetzt, durch den Harald Philipp. Und ja, das war natürlich eine ganz andere Welt, diese großen Western, diese deutschen Western dort. Ja, das war natürlich für mich eine unheimlich aufregende Geschichte. Da drehst du plötzlich mit Pierre Pries, mit Lex Barker, den du vorher in Filmen gesehen hast. Mit Götz George kannte man natürlich, vor allem kannte man Heinrich George, das ist der Sohn vom Heinrich George. Der Götz George ist auch dabei, um Gottes willen. Und da bist du da so als Anfänger und dann musst du dich aufs Pferd schwingen. Und ich muss aber sagen, ich habe die einmalige Erfahrung gemacht, dass der Lex und der Pierre beide total tolle, tolle Kollegen waren. Die haben nicht einmal mir so ungefähr, ach, jetzt kommt da die Anfängerin. Die haben mich einfach voll als hundertprozentiges Mitglied im Team aufgenommen. Und das war natürlich ganz großartig. Und man schaut natürlich diese Menschen mit ganz anderen Augen an, weil ich denke, ah, den habe ich schon so auf den Fingern gesehen. Oh Gott. Ja, aber das Eis war gebrochen und wir haben sehr viel Spaß auch miteinander gehabt. Und Pierre vor allem hat immer alles selber, auch ist er geritten. Der hat mich der Ehrgeiz gepackt. Und man dachte, das mache ich auch. Da gibt es eine Szene, wo ich sozusagen mich verstecken muss. Und da haben die gesagt, nee, nee, das machst du nicht. Und dann haben wir gedacht, wenn der Pierre das macht, mache ich das auch hinten am Pferd dran. Damit die Banditen uns nicht erschießen. Ja, so war das. Apropos Pierre. Pierre wurde natürlich synchronisiert. Und was kaum einer weiß oder ahnt, sie auch. Warum? Schwer beleidigt natürlich. Aber früher war das ehrlich gesagt, erst mal habe ich noch kein Stimmrecht gehabt, weil ich war ja niemand. Und dann haben die gesagt, nee, bis wir die jetzt aus München holen, kommen in Berlin, wird es synchronisiert. Der Pierre wird synchronisiert, der Lex wird synchronisiert. Werden eh alle, die ganzen Kaskateure, der alles wird synchronisiert. Das ganze Studio ist voller Fremdsprecher. Haben sie gesagt, sparen wir uns die Uschi, brauche ich gar nicht kommen. Ich plötzlich, was? Und da habe ich ja, ich habe ja bei, also schon gewusst, was ist ein Synchronisieren? Wie übt man das? Wie macht man das? Also schon schwer vorgeübt. Und da war ich gar nicht dabei. Beim ersten großen Hit. Aber der nächste kam dann auch schon bald, nämlich der Neudeutsche Film hatte sie dann relativ schnell entdeckt, nämlich Mace Bills in Zur Sache Schätzchen. Die große Rolle, die dann der ganz große Durchbruch war. Eine Frau als Regisseurin, das war zu der Zeit ungewöhnlich. Wie kamen Sie zusammen? Ja, es war komplett, da hat der Peter Schamoni angefragt, ob ich zu Probeaufnahmen kommen wollte, weil die hätten ein Projekt. Und ich dachte natürlich, das war, ich weiß nicht, die Schamoni-Familie war eine große Filmfamilie. Alle drei Söhne und auch Frau, also die Mutter Schamoni durfte ich ja auch kennenlernen. Und da habe ich gedacht, eben der Peter Schamoni macht einen Film und der will mich jetzt für Probeaufnahmen haben. Und ich kam da ins Produktionsbüro und setzte mich halt hin und Peter Schamoni fängt so an zu reden. Wir kannten uns natürlich von Filmpremieren und so. Und dann plötzlich spricht so eine ganz kleine, zarte Frau mit und sagt, ja, ich glaube, die gefällt mir ganz gut. Denkt man, wer ist jetzt das? Und sie, ja, das kann ich mir vorstellen. Werner, was sagst du? Werner war natürlich auch dabei. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigen Sie, was machen Sie denn? Sagt sie, ich führe Ski. Boah, was eine Frau für die Regie. Das war damals ja unklar, das war ja Wahnsinn. Und sie ist wirklich heute noch, wir sind heute noch wirklich befreundet. Sie ist eine ganz zarte, da bin ich ein Riese dagegen, Person. Und ganz zart und auch klein. Und eine unheimlich energische, tolle Person. Und die hatten halt so ein Treatment. Und da konnte ich das auch noch, früher mit Schreibmaschine getippt natürlich, noch nichts sowas. Und dann habe ich aber das gelesen und habe mir gedacht, Mensch, das interessiert mich. Und vor allem die Frau interessiert mich so. Wie macht die das ja? Und übrigens, auch da sind die Probeaufnahmen aufgetaucht. Ja, wir sind gespannt. Vielleicht tauchen die ja mal im Museum auf. Ja, das wäre doch nicht schlecht. Schauen wir mal mit dem Konrad Hirsch reden. Der hat übrigens die Germanie-Filme aufgearbeitet und hat auch zu Sahel Schätzchen gerettet, weil der im Keller lag und eigentlich kurz vor Ende war. Also das ist ganz großartig, dass solche Filme auch noch weiter existieren, bei uns immer wieder gezeigt werden. Hannelore Elstner war auch beim neuen deutschen Film. Sie hat 1963 schon bei Will Tremper die Endlose Nacht mitgespielt. Das war eine lange Nacht am Flughafen Tempelhof. Und bei ihr ging es aber dann noch weiter. Sie hat bei Edgar Reitz die Reise nach Wien mitgespielt. Und dann noch mit Mario Adorf auch und Elke Sommer. Und dann mit ihrem Lebensgefährten, ihrem langjährigen, dem Alf Brustelin, auch noch Berlinger, der dann auch tödlich verunglückt ist. Eine ganz tragische Geschichte. Aber die Frage ist, neudeutscher Film, warum ging es bei Ihnen da nicht weiter? Wollten Sie das nicht? Ich hätte es schon ganz gerne gewollt, aber es war eigentlich, das war politisch bedingt. Also damals hat man, ja, in gewissen Gruppen, muss man wirklich sagen, musstest du entweder genauso ticken, wie die tickten. Und wenn du nicht so mitgetickt hast, warst du halt draußen. Das war einfach so. Und ich wollte mich aber nicht verbiegen lassen. Ich habe gesagt, ich bin in vielen Punkten anderer Meinung. Und auch meine Agentin hat gesagt, Usch, das sind Sie doch nicht so dumm. Unterschreiben Sie das. Ich bin für Willi und die sei es geritzt. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das kann ich nicht. Weil ich habe viele Vorbehalte aus dem Grund, aus dem Grund. Dann war auch damals dieses große Gespräch, ich habe abgetrieben, mein Bauch gehört mir. Da wollte ich auch ein bisschen differenzierter drüber reden. Und ich so, ach, wenn du schon so anfängst, kannst du es bleiben lassen. Also ich habe da schlechte Karten gehabt in meinem Freiheitsgefühl und in meiner Meinungsfreiheit. In der Diskussionsebene konnte es gar nichts aussehen, weil diskutieren wollte man nicht. Man wollte höchstens streiten. Und das war damals eine harte Zeit. Aber ich habe eigentlich gedacht, immer an die Worte von meinem Vater, der immer gesagt hat, Uschi, du musst am Abend in den Spiegel schauen können. Mach deine Abrechnung, mach deine Bilanz, ob du dich verhältst, ob du dich verbiegen lässt, ob du vielleicht zu etwas Ja sagst, wo du eigentlich Nein sagen solltest. Und das ist eigentlich mein Lebensprinzip gewesen. Da musst du halt auch einmal ein paar Schläge aushalten, weil es einfach so ist. Aber ich muss zu guter Letzt mit mir auskommen. Und kann man verkratschen. Toll. Und das ist natürlich eine Gemeinsamkeit mit Hannelore Elstner. Die hat sich auch nicht verbiegen lassen, oder? Das stimmt, ja. Und die ist eine ganz tapfere Frau immer gewesen. Auch alleinerziehend, die Hannelore. Und als sie noch in München gelebt hat, sie hat wirklich ein taffes Leben gehabt und war 100 Prozent für ihren Sohn da. Mit allen Schwierigkeiten, mit allem, was dazugehörte. Also unglaublich, wie sie gekämpft hat. Und sagen wir mal, die großen Erfolge, wenn man dann so drüberschaut schnell, ja. Du hast ja auch deine, als freischaffender Mensch, du hast ja kein Einkommen. Entweder du drehst oder du spielst Theater oder die Fabrik steht, sage ich immer, ja. Wenn Leute immer gesagt haben, ja, aber ein bisschen so, sage ich ja, weil ich, entweder ich arbeite, dann rührt sich was. Oder ich fahre in Urlaub, dann rührt sich nichts. So einfach ist es. Und so war es mit Hannelore auch. Und Hannelore musste ihr Leben wirklich und ihren Unterhalt sozusagen. selbst verdienen. So war es einfach. Nach, ein Jahr nach, zur Sache Schätzchen, kam dann die bereits erwähnte erste Zusammenarbeit von Ihnen mit Hannelore Elsner. Und wir haben eine kleine Überraschung. Wir haben mal die Szene, wo Sie gemeinsam im Bild waren, hier von der DVD zusammengeschnitten. Ich würde sagen, wir setzen uns kurz mal in die erste Reihe und gucken mal rein in Pepe, der Paukaschreck aus Lümmel von der Ersten Bank. Pepe, der Paukaschreck. Wie lang ist das her, dass Sie den noch, dass Sie den gesehen haben? Ich glaube, ich habe den noch nie gesehen. Man schaut meistens seine eigenen Filme nicht an, weil es sich irgendwie nicht ergibt. Das hört sich zwar ein bisschen kokett an, aber es ist einfach so. Weil man, also wenn die Filme rauskommen, du bist schon im nächsten Projekt. Und dann habe ich auch immer Probleme, mich selber anzuschauen. Denke mir, was hast du denn da gemacht? Ja, also tatsächlich, ja. Hannelore hat immer gesagt, sie findet es ganz empörend, dass das der meistwiederholte Film von ihr sei. Aber sie war doch sehr charmant. Sie hat das so toll gespielt. Wahnsinn. Genau, übrigens. Da schon ihr Lachen, gell? Total. Übrigens für nachher auch ganz interessant, wenn wir Club der Einsamen Herzen gucken. Pepe Niednagel wird gespielt von Hansi Kraus. Der ist nachher auch mit dabei im Film. Also da ist wirklich so ein Revival. War das Absicht von der Regisseurin, dass man da den Cast von den Lümmeln von der ersten Bank wiederholt? Also sie hat mir gesagt, dass sie den Hansi holen will, weil der Hansi ist ja eigentlich Fotograf und macht ganz wenig. Aber das finde ich eigentlich ganz witzig, wenn wir wieder da nach 50 Jahren plötzlich wieder mal miteinander sozusagen einen Film drehen. Nein, es war schon, glaube ich, eher so eine kleine List von der Christine. Sehr gut. Vielleicht auch ganz interessant. Ich meine, Sie waren ja schon etablierte Stars dann zu dem Zeitpunkt Anfang der 70er, sowohl Hannelore als auch Sie. Gab es mal irgendwann das Interesse, international zu agieren? Sie haben ja auch mit Jean Gabin schon mal gedreht gehabt zum Beispiel. Ja, ich habe natürlich einige Filme gemacht. In Italien, dann in England natürlich, in Frankreich. Und ja, ich war eigentlich so ein bisschen so auf dem Sprung nach Übersee. Ich war damals bei William Morris in der Agency. Und das war eine ganz tolle Agentur in Hollywood. Und die hatten mir eben auch gesagt, jetzt wird es höchste Zeit. Sozusagen in Deutschland hast du alles abgegrast. Jetzt musst du woanders hin. Und so ging es erst mal in Frankreich los. Und dann hat sich aber dort mein Privatleben irgendwie gemeldet. Und dann habe ich einfach gesagt, ich muss irgendwann auch anfangen zu sehen, dass ich nicht auf der Strecke bleibe. Weil mir war natürlich vollkommen klar, wenn ich den Schritt mache, nach Hollywood gehe, dann werde ich wahrscheinlich fast gar kein Privatleben haben. Weil mit dem Namen, den du in Deutschland hast, damit kannst du da hinten hausieren gehen. Das gibt es überhaupt nicht. Du musst praktisch wieder bei Null anfangen. Und ich war schon kurz vor 30, wollte immer Familie auch haben und Kinder haben. Und dann habe ich mir einfach gedacht, das ist ein großes Risiko. Erst mal weißt du nicht, ob du überhaupt ankommst. Vielleicht gehst du von einem Casting ins nächste, zum hundertsten und hast immer noch keine Rolle oder musst irgendwelche Dinge spielen. Irgendwie eine, was weiß ich, im dritten Reich irgendeine. Und das wollte ich sowieso auch gar nicht spielen. Also habe ich es einfach nicht riskiert. Habe mich anders entschieden. Sie haben in der Zeit auch gesungen, was ich auch ganz spannend finde. Ja, es kommt mit dem. Ja, Giorgio Moroder hat mal einen Song mit Ihnen aufgenommen. Wollen Sie es kurz erläutern, was das war? Ja, der Giorgio war ja schon, der war in Hollywood und hatte einen tollen Namen schon. Ich kannte ihn von Areola natürlich, von München her, Südtiroler. Und dann rief der einem an und sagt, dass wir mir einen Schlager machen. Und dann sage ich, Giorgio Moroder war damals schon in Hollywood ganz bekannt. Aber das mache ich doch glatt. Und dann haben wir miteinander so eine Single produziert, ja. Jetzt muss ich schnell einschränken. Giorgio Moroder, tatsächlich, wenn Sie ihn erleben wollen, mehr oder weniger, am Dienstag zeigen wir die berühmte Metropolis-Fassung, wo er quasi den Film von Fritz Lang erst berühmt gemacht hat. Die ist in den 80ern mit seiner Musik, so einer Popmusik aus der Zeit gestaltet worden. Das gibt es dann am Dienstag hier bei uns im Kino. Aber Schlager war natürlich dann das andere Thema. Die großen Schlagerfilme jener Zeit, auch ganz viel mit Roy Black zum Beispiel. Wie war das in dieser Welt? War das was anderes zum Drehen im Vergleich zu den Filmen, die Sie vorher gemacht haben? Ich hatte die Anfrage, ob ich mir vorstellen könnte, mit dem Roy Black zu drehen. Und da war damals schon auch immer wieder so, mit so jemanden dreht man doch nicht, ja. Und alleine, wenn mir jemand so etwas sagt, stellen sich bei mir schon alle Nackenhaare auf und denken wir, was ist das für ein Vorurteil, warum sagt man das einfach? Man kennt den Menschen nicht, man hat keine Ahnung und trotzdem wird schon mal der Daumen nach unten gehalten. Und dann haben wir gedacht, ich spreche mal mit dem, wir unterhalten uns mal. Und der Roy hat sich mir gegenüber immer in einer ganz anderen Weise gezeigt. Er ist ein total hochsensibler junger Mann gewesen, der sehr gelitten hat unter den Vorurteilen, unter dem lächerlich gemacht werden, was er für ein schnulsten König ist und so. Und es war ganz bitter für ihn und es hat mir auch immer sehr, sehr leid getan. Und schon allein aus dem Grund habe ich mit dem Filme gemacht, weil ich gedacht habe, das ist eigentlich ungeheuerlich, ja. Ein Dean Martin wird verehrt für A Chapel in the Moonlight, ja. Und der andere wird ausgelacht, weil er ganz in Weiß singt. Also das gab für mich kein Ding. Und da habe ich mir gesagt, wahrscheinlich können die Leute kein Englisch, weil sonst würden sie es genauso kitschig finden, was Dean Martin gerade abgezogen hat, ja. Absolut. Und ja, kann man auch für klatschen. An Roy Black, Oriam ebenso. Ja, tatsächlich ist es dann auch so, also vielleicht, nee, jetzt wo wir ja 50 Jahre Mondlandung haben, das haben Sie mir vorhin im Auto erzählt, die haben Sie ganz besonders erlebt, auch am Wörthersee. Wir haben, der Roy und ich, wir haben am Wörthersee unseren zweiten Film gemacht, den anderen, der war am Traunsee. Und am Wörthersee haben wir gemacht, Hilfe, ich liebe Zwillinge. Mit Ihnen in einer Doppelrolle. Ja, genau. Und just während der Drehzeit landet die Apollo auf dem Mond. Und da haben wir in dem Penthouse von dem Hotelbesitzer Schloss am Wörthersee, nicht Wörthersee, Schloss Seefels, oben in der Penthouse-Wohnung die Mondlandung erlebt. Das war mit Roy Black, Udo Jürgens und die Besitzer vom Hotel und ich natürlich, sind wir da oben gesessen und konnten uns, es war so ein Wahnsinnserlebnis und wir haben geschaut und geschaut, man konnte es nicht, es war einmalig, einmalig war das. Man kann nachschauen, wann der Film gedreht wurde, es war wirklich so, dass wir da alle saßen und dann, wie alles vorbei war, sind wir dann in die Maske gegangen, schnell duschen gegangen, dann in die Maske und ab ins Set. Super. Und auch dazu passend am Sonntag machen wir einen Tag lang Mondlandung im Film. Also wenn Sie wollen, können Sie den Tag ganz besonders feiern. Fernsehen war dann die nächste große Station, sowohl für Hannelore als auch für Sie. Das war vielleicht eine ganz logische Entscheidung, weil man hatte inzwischen Familie, sowohl Sie als auch Hannelore und im Fernsehen gab es natürlich das sicherere Geld. Ja, es war, damals war man ja auch nochmal so arrogant und man hat dann gesagt, wer Spielfilm macht, geht nicht ins Fernsehen. Du spielst entweder Theater oder du machst Spielfilm, aber nicht Fernsehen. Und dann hatte ich ein Angebot bekommen vom Helmut Ringelmann, der wollte eine neue Serie machen, die ist Polizeiinspektion 1 und ob ich da die Ilona Händel spielen möchte. Und das war 77 und dann habe ich gedacht, warum eigentlich nicht? Ja, war eine Episodenrolle, aber ich habe gedacht, das will ich jetzt mal ausprobieren. Wie geht denn überhaupt Fernsehen? Schaust du da anders oder wie geht das? Und mit dem Elmar Wepper, das war die erste Zusammenarbeit mit dem Elmar. Eine von vielen, die dann noch folgten. Viele, viele, viele. Und es hat einen Riesenspaß gemacht. Wir hatten tolle Drehbücher von dem Franz Geiger damals. Und ja, und dann war es schon so, was ist denn mit der los? Hat sie es nötig, dass sie Fernsehen macht und so? Also da waren schon manchmal, also unglaublich. Das sind einige Sachen, die man aber definitiv, die die Nation geprägt haben, sage ich jetzt mal. Zwei Münchner in Hamburg, auch mit Elmar Wepper. Das hat irgendwie gefühlt jeder gesehen, mit dem man spricht. Oder dann geht es natürlich auch noch weiter. Genau, ein Schloss am Wörthersee waren sie dann auch die Nachfolge von Roy Black. Also das ging dann so durch. Anna Maria, eine Frau geht ihren Weg. Silvia, eine Klasse für sich. Das waren immer solche prägnanten Staffelrollen, wo sie dann auch wirklich eine Botschaft mit rübergebracht haben. Ja, jetzt sieht man wieder, wie manchmal sich der Kreis so schließt. Damals waren dann Serien, wie, du machst Serie? Also man macht höchstens 90 Minuten im Fernsehen, aber macht doch keine Serie. Heute sind Serien so top wie nochmal irgendwas. Und ich mochte Serie immer gerne machen, weil du natürlich deinen Charakter erzählen kannst. Das habe ich schon bei Polizeiinspektion 1 gesehen, dann bei unseren schönsten Jahren, dass du dein Wesen entwickeln kannst. Und eben jetzt zum Beispiel bei zwei München in Hamburg machst du 90 Minuten Pilot und dann 13 Folgen, 45 Minuten, da kannst du halt eine große Geschichte erzählen, einen großen Bogen. Du musst nicht in 90 Minuten die ganze Story reinpacken, weil dann ist der Film aus, sondern du kannst dir wirklich Zeit lassen und kannst schon weiter fantasieren, wie entwickeln wir das. Was mache ich wieder mit dem Ralf Maria Sagerer, mit dem Doktor. Und das hat also einen großen Spaß gemacht. Parallel dazu, Hannelore Elsner, die tatsächlich, was man heute vielleicht gar nicht mehr so weiß, die erste weibliche TV-Kommissarin war, Indie-Kommissarin. Großartig, ja. Dafür kamen sie nach Frankfurt, 1994 ging es los, bis 2006 hat sie es gemacht, also 13 Jahre. Mit der berühmten schwarzen Lederjacke. Jawohl. Und Assistent Till Schweiger auch, ganz interessant. Ja, und dafür ist sie nach Frankfurt gezogen. Da war der Kontakt dann schwieriger wahrscheinlich. Natürlich, weil wir haben uns, als wir beide in München gewohnt haben, einfach bist du dir über den Weg gelaufen und sagst, komm, lass mal eine Kleinigkeit essen gehen oder komm raus, dann ratsch mal mal ein bisschen. Und so, das ist halt dann einfach, weil du bist ja auch nicht fest, ich bin nicht fest in München und sie fest in Frankfurt, dass man sich easy besucht, sondern dann ist man halt, dann drehe ich in Rom und sie dreht in was weiß ich und dann bist du in Frankreich, dann ist sie wieder da, dann bist du in Berlin und du sagst, jetzt war ich gerade in Berlin, jetzt bin ich wieder in Hamburg. Also das war dann wirklich schwierig, wir haben uns zwar immer wieder gesehen und sehr gefreut, aber leider haben wir erstens mal nicht mehr miteinander gearbeitet, weil es sich nicht ergeben hat und dann siehst du dich einfach weniger, das ist einfach so. Und dann kam die Anfrage tatsächlich für Club der einsamen Herzen. Vielleicht noch kurz vorher, der Weg ins Kino, den gab es dann wieder, nach ganz viel Fernsehen. Bei Hannelore war es 2000 mit die Unberührbare, das war ein Film, der für alle völlig überraschend kam. Unglaublich, wirklich ein Filmwerk ist es, wirklich ein Kunstwerk, ja. Was zeichnet sie denn aus, weil das war ja wirklich, plötzlich konnte sie einmal richtig alles spielen, sie wurde zur Grand Dame, zur Big Lady quasi des deutschen Kinos plötzlich und hat das dann durchgehalten quasi bis zu ihrem Tod. Ja, also sie hat es da eigentlich auch allen gezeigt, weil ich meine, da glaube ich, gibt es keinen einzigen Menschen, der sagt, naja gut, oder Schauspieler, sage ich jetzt mal, der sagen könnte, ja, das kann ich auch. Also mit höchstem Respekt, das musst du erst mal hinkriegen. Also das war, ich war platt, als ich den Film gesehen habe, wirklich. Vor Begeisterung, vor Verehrung, vor Hochachtung, also unglaublich. Weil neben all der Wandelbarkeit, die sie natürlich hatte, war diese enorme Lebendigkeit da. Ich habe das Gefühl, dass sie halt wirklich mit jeder ihrer Rollen so richtig verschmolzen ist. Absolut, die war wirklich, die hat nie irgendwas gemacht und ja, dann mache ich das mal so mit dem kleinen Finger. Sie war immer engagiert für jedes Wort, ihr Drehbuch, das müssen wir übrigens einmal eins ausstellen, und es gibt, da wurde rumgekritzelt, nochmal das wieder durchgestrichen, dann wieder doch, nein, es ist doch ganz gut, wenn ich das sage. Und dann da, oh nee, dann die und dann da eine Zeichnung und da das da und so und so. Also wunderbar, sie war einfach einmalig, wirklich zu Todlerhand. Und wenn man jetzt eine Szene zusammen hat, Sie haben einige Szenen zusammen in diesem Film, probt man da vorher gemeinsam und wenn ja, hat man da so die Möglichkeit, sich irgendwie gegenseitig hochzuschaukeln vielleicht? Ja, man probt natürlich schon, weil man möchte es ja, jeder möchte es auf den Punkt bringen und man möchte es ja auch verstehen, du musst ja auch in die Augen schauen, du musst es ja, du musst es auch erleben, was sagt sie, wie ist es, wie reagiere ich? Wenn sie dann sagt, was weiß ich, ihr seid jetzt schon alle uralt, ihr könnt gleich alle in die Gruft springen oder was weiß ich, was alles, was sie sagt, das muss man schon erarbeiten, das kann man nicht so einfach so ein bisschen herstellen. Und was unterscheidet sie denn von anderen Spielpartnerinnen, weil das war ja schon auffällig, das merkt man ja auch in diesem Film, da ist sie eine, die von außen kommt, in diese Heimatwelt so ein bisschen, die diese unfassbare Energie mitbringt, da muss man ja ganz schön gegenhalten. Ja, natürlich und vor allem, weil sie, also sag mal, die drei Damen haben ja alle so ihren Rucksack zu tragen, jeder ist irgendwie doch ein bisschen gescheitert, aber sie kommt eben zurück und mischt oder bringt die Frauen, die anderen beiden zum Nachdenken eigentlich, ja. Obwohl sie auch nicht gut geht in ihrem Beruf und im Leben, hat sie die Kraft, uns zu motivieren und zu denken, sag mal, was mache ich denn, auf was warte ich eigentlich? Ich sitze hier und warte auf gar nichts, mische mich dauernd in meine Schwiegertochter ein, das ist das Einzige, was der Maria noch einfällt und sie motiviert uns, dass wir einfach noch einmal im Alter sozusagen etwas unternehmen und das hat mir ja besonders, auch an dem Buch und an Christine Hartmann sehr gut gefallen, weil ich eben auch davon… Regie-Debüt übrigens, ne? Ja, genau. Ah, nee, 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 nein, kein Debüt. Okay, hab ich gelesen. Tatort, die ist ganz bekannt eigentlich, ja. Aber dieses Stehenbleiben, das Aufhören, neugierig zu sein, dieses plötzlich, ach nee, das tue mir nimmer an, da bin ich ein ganz großer Gegensprecher. Ich finde, egal wie alt man ist, erstmal darf man dankbar sein, dass man älter werden darf, weil sonst muss man vorher sterben, wie ich den Leuten immer sage, wenn man das nicht will. Und wenn man das Glück hat, älter zu werden, dann ist es ein großes Geschenk. Wenn man vielleicht auch noch gesund ist, ist es noch das größte Geschenk. Und deswegen verstehe ich oft die Kroketerie nicht von Menschen, die sagen, ach, erinnere mich ja nicht, jetzt wäre ich schon wieder jahr älter. Was soll denn das? Und ich glaube einfach, dass man sich motivieren muss, dass man sich was ausdenken muss für sich, dass man nochmal was anpackt, dass man einfach sagt, nee, ich setze mich jetzt nicht hin und wart. Mein Opa hat übrigens immer gesagt, wie ich gesagt habe, als kleines Kind zu meinem Opa, Opa, wie geht's denn dir, was machst du? Hat der immer gesagt auf sein Schwäbisch, ich warte aufs End. Und das hat mich als Kind fasziniert und ich musste ihn jedes Mal, wenn wir ihn besucht haben, musste ich ihm das fragen, weil ich wollte immer wieder hören, ob er das immer noch sagt. Ich warte aufs End, das habe ich in meinem Leben nicht vergessen. Da war ich ganz klein und habe gedacht, oh, was ist das denn? Das ist nichts, lieber noch was machen, bitte. Wenn Sie bei dem Film aufs Ende warten, das Ende, nicht nur das Ende, eigentlich der ganze Film, wirkt wie ein Vermächtnis von Hannelore Elsner, aber das Ende, ohne zu spoilern, da hat sie einen ganz großen Auftritt. War das irgendwie bewusst, dass das irgendeine besondere Szene war? Nicht, überhaupt nicht. Wir haben eigentlich diese Rollen, die wir spielten, gern gespielt, aber mit dem Optimismus, dass es eben gut weitergeht. Wir haben nie, sagen wir so, gedacht, dass der Film irgendwie auch ein Ende ist. Gar nicht, sondern wir wollten eher wieder noch einen Film zusammen machen. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe den Film mir alleine angeschaut zu Hause. Ich habe es nicht fertiggebracht. Es gab so ein Preview von der Produktion her, also mit Regie und Kamera und die anderen Kollegen. Ich habe gesagt, das kann ich nicht. Ich muss mit der Hannelore jetzt alleine sein, mit dem Film wirklich alleine anschauen. Und ich will jetzt auch nicht zu viel sagen, aber ich war dann so berührt und von den Zocken, was da alles drin ist, was du natürlich beim Spielen ja, du erzeugst es, aber du denkst ja irgendwie, du denkst unmöglich an sowas. Unmöglich. Kein Mensch hat an sowas gedacht. Und das ist großartig, dass wir das jetzt zusammen so gucken dürfen. Das ist was Besonderes. Der Film ist eigentlich ein Fernsehfilm, das ja hier im Kino läuft. Das danken wir sehr der Produktionsfirma und vor allen Dingen Vera Behringer, die das möglich gemacht hat. Wenn wir uns jetzt diesen Film anschauen, und Hannelore im Gedächtnis haben und die eine oder andere Träne verdrücken werden, definitiv. Möchten Sie uns noch was zum Abschluss quasi mit auf den Weg geben über Hannelore, was sie für sie bedeutet hat? Also sie war für mich eine tolle Freundin, die ein großes Herz hatte, die einfach da war. Und irgendwie will ich es auch gar nicht wahrhaben, dass sie nicht mehr da ist. Und ich war bei der Beerdigung auch in Burghausen mit dem Dominik und habe da Abschied genommen. Aber ich habe einfach gedacht, ich komme zu Ihnen und zu Ihnen allen und ich will nicht Abschied nehmen von der Hannelore, aber ich will Sie bitten, den Film anzugucken und sie einfach in guten Herzen zu bewahren, weil sie war ein toller Mensch, eine tolle Frau mit einer unglaublichen Ausstrahlung. Vielen herzlichen Dank, Uschi Glas und Hannelore Elstner.